Wäre es nicht schön, einen teuren Staubsauger oder einen richtig guten Fernseher ganz einfach durch Produkttests gratis zu bekommen? Das ist möglich mit dem Amazon Produkttestprogramm namens WineClub. In diesem Programm könnt ihr ganz einfach viele verschiedene Artikel von Amazon zugeschickt bekommen. Zugegeben, meistens sind es eher billige Artikel, wie zum Beispiel Socken oder Mützen. Aber trotzdessen ist in seltenen Fällen auch mal immer wieder etwas dabei, was man auch wirklich gebrauchen kann, wie zum Beispiel einen Fernseher. Bevor wir jetzt mit dem Video anfangen und ich euch verrate, wie ihr in dieses Programm reinkommt, lasst doch lieben gerne mal ein Abo auf diesem Kanal da, um keine weiteren Geldverdienentutorials mehr zu verpassen. Und nun würde ich sagen, springen wir direkt rüber auf meinen PC und schauen uns einmal gemeinsam an, wie man denn in dieses Programm reinkommen kann und natürlich auch noch ein paar weitere wichtige Punkte, die man über dieses Programm wissen sollte. So, auf meinem PC angekommen, seht ihr auch schon, befinde ich mich jetzt hier auf der Seite von Amazon WineClub. Die Seite werde ich euch natürlich mal unten in die Videobeschreibung reinpacken und hier steht dann auch ganz genau erklärt, was denn eigentlich Amazon Wine ist. Also wie ich es euch schon erklärt habe, bekommt ihr dann so gesehen Produkte von Amazon zugeschickt, wenn ihr in diesem Programm drin seid. Diese Produkte müsst ihr auspacken, testen und dann wirklich eine ehrliche Bewertung da lassen. Also ganz, ganz wichtig, das sind hier ehrliche Bewertungen und keine gekauften 5-Sterne-Bewertungen. Weil auf die meisten Seiten, wo ihr Bewertungen da lassen müsst, müsst ihr auch wirklich eine 5-Sterne-Bewertung da lassen. Andererseits bekommt ihr eure Vergütung nicht ausbezahlt. Auf Amazon ist es aber so, dass ihr für diese Rezession nicht bezahlt werdet, sondern ihr bekommt dieses Produkt zugeschickt und dürft das dann natürlich behalten. So und jetzt ist natürlich auch die Frage, darf ich dieses Produkt denn weiterverkaufen? Also ich sage es mal so, ich habe jetzt einen Bericht gefunden, wo eine Seite sagt, nein, man darf das Produkt nicht weiterverkaufen. Anders wiederum ein anderer Bericht sagt, dass man nach 6 Monaten dieses Produkt problemlos weiterverkaufen kann. Ich persönlich würde euch wirklich empfehlen, macht das am besten so, sammelt einfach ein paar Produkte und wenn ihr wirklich eine ganze Sammlung habt, dann geht einfach auf den Flohmarkt und verkauft diese dort weiter. Ich gehe mal sehr, sehr stark davon aus, dass Amazon zum ersten kein Problem damit haben wird und zum zweiten wird auch keiner von Amazon auf dem Flohmarkt unterwegs sein und euch ansprechen und sagen, du darfst das doch hier gar nicht verkaufen. Das wird definitiv nicht passieren, dass euch dort einer begegnet. Davor gewinnt ihr wirklich im Lotto und genau aus diesem Grund würde ich persönlich das so machen. Anders wiederum könnt ihr natürlich auch die Produkte für euch nehmen. Ich meine, es sind immer wieder Produkte dabei, die man immer mal wieder gebrauchen kann, wie zum Beispiel Socken. Da muss ich theoretisch jetzt nicht neue Socken kaufen gehen, sondern bekomme die Socken dann so gesehen von Amazon schon geschenkt. Nun aber, für was wurde das Programm denn eigentlich entwickelt? Das wäre hier die nächste Frage. Und zwar wurde das Programm ganz einfach dafür entwickelt, um die Verfügbarkeit von Kundenrezessionen zu neu eingeführten Produkten zu erhöhen. Das heißt, wenn zum Beispiel ein Händler auf Amazon ein Produkt anbieten möchte und schnell Rezessionen sammeln möchte, damit er natürlich auch weit, weit oben gelistet wird, dann kann er einen gewissen Betrag dafür bezahlen, diese Produkte dann gratis an den Kunden weiter verschicken und dadurch bekommt er natürlich auch Bewertungen, wenn diese Leute aus dem Wine Club dieses Produkt testen und dann eine ehrliche Meinung dazu abgeben. Jetzt aber zu der großen Frage, wie kann ich denn eigentlich an diesem Programm teilnehmen? Wie es Amazon hier auch schon beschreibt, müsst ihr hier wirklich hilfreiche Rezessionen schreiben. Also bitte nicht einfach eine Rezession schreiben, wo ihr sagt, gutes Produkt, Punkt, fertig, aus. Nein, ihr solltet natürlich schon ein, zwei Sätze dazu schreiben, was ihr in dem Produkt vielleicht gut findet und was ihr nicht so gut findet. Und umso mehr Leute das Ganze als hilfreich anzeigen, umso größer ist natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass ihr eines Tages in dieses Programm mit aufgenommen werdet. Zum anderen würde ich euch empfehlen, vielleicht auch immer mal wieder ein Foto oder ein Video dazu zu teilen, damit die Leute natürlich mehr dazu angeregt sind, eure Rezession als hilfreich zu kennzeichnen. Genau, und zum anderen braucht ihr natürlich auch ein gewisses Fachwissen in einer Produktkategorie. Also wenn ihr jetzt zum Beispiel, sagen wir jetzt einfach mal, ganz, ganz viele technische Sachen über Amazon bestellt, dann lohnt es sich natürlich auch dort in diese Nische reinzugehen, weil dadurch habt ihr eine deutlich höhere Chance, anstatt ihr euch jetzt ganz viele verschiedene Produkte über Amazon bestellt und darüber dann immer wieder Bewertungen schreibt. Sollte Amazon dann eines Tages mal euer Profil auffallen, dass ihr tausende von Bewertungen geschrieben habt, dann ist das natürlich so, dass sie euch auch in dieses Programm einladen. Das heißt, ihr bekommt dann eine E-Mail von Amazon und könnt euch hierauf nicht bewerben. Ich kann euch aber gleich sagen, das dauert ziemlich lange, also ihr müsst schon extrem, extrem viele Bewertungen schreiben, dass ihr hier auch wirklich aufgenommen werdet. Und ich würde euch empfehlen, wirklich nicht hunderte Artikel pro Tag zu kaufen und darüber dann immer wieder Bewertungen abzugeben, sondern einfach ganz normal auf der Plattform einzukaufen und dann immer mal wieder eine Rezession dazu schreiben. Vielleicht auch noch eine ganz wichtige Frage, woher bezieht Amazon diese Produkte? Also wie ich euch schon vorhin gesagt habe, natürlich von den Verkaufspartnern, die über Amazon verkaufen, sonst natürlich auch hier von Herausgebern, Labels, Studios, Herstellern und vielen, vielen mehr. Genau und der Vorgang wird hier unten auch nochmal beschrieben. Also hier, was müssen beiden Produkttester tun, bevor sie eine Rezession schreiben? Das wird hier ganz genau erklärt. Ihr bekommt das Produkt gratis zugeschickt. Ihr müsst das dann natürlich auspacken, einmal verwenden und wenn ihr dann das soweit verwendet habt, dann müsst ihr eine Rezession zu einem Produkt schreiben und ganz, ganz wichtig, es muss keine 5-Sterne-Rezession sein, sondern einfach eine Rezession, die den Leuten weiterhilft. Das heißt, wenn ihr das Produkt schlecht findet, dann könnt ihr natürlich auch eine 1-Sterne-Bewertung da lassen. Gut, das war es dann aber auch schon mit diesem Video. Lasst mich doch gerne mal mit einer Bewertung oder einem Kommentar wissen, ob ich euch mit diesem Video weiterhelfen konnte und in diesem Sinne viel Erfolg, hier eine Einladung zu bekommen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!